Okay, es ist nur ein Hinterteil. Wir alle haben eins. Meins ist zufällig aus einer scharfen Brasilianerin. Nein, wir lachen nicht über sie. Wir lachen über Griffins Schuhe. Was stimmt nicht mit denen? Die Marke habe ich noch nie gesehen. Was ist Teslick? Ähm, ich bin mir nicht sicher, aber meine Mom sagt, die ist sehr beliebt bei lettischen Athleten. Laufen, werfen, schwere Sachen hochheben. Teslick, die finde ich echt voll cool, Mann. Schuhe werden einzeln verkauft. Okay, es ist nur ein Rückend. Wir alle haben einen. Meine ist einfach ein hoter Brasilianer Frau. Nein, wir sind nicht lachen bei dir. Wir lachen bei Griffins Schuhe. Warum? Was ist mit dem? Ich weiß nicht, was das sind. Was ist Teslick? Ähm, ich bin nicht sicher, aber meine Mom sagt, sie sind sehr popular mit Latvien Athleten. Rennen, throwing, lifting big things. Teslick, das ist all right mit mir, Mann. Each shoe sold separate. Das ist nicht einfach, wenn wir uns nicht die Linke spürt. Das ist nicht alles.